Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine TÜV-Plakette eigentlich richtig ablesen kannst, damit du den Termin zur nächsten Hauptuntersuchung auf keinen Fall verpassen wirst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Unsere Plakette hier ist in genau zwei Zahlenbereiche unterteilt. Zum einen haben wir hier in der Mitte mal eine Zahl, das ist bei mir die 18. Diese steht für die Jahreszahl. Also meine nächste Hauptuntersuchung wäre jetzt 2018. Und hierfür ist übrigens auch mal speziell eine Farbe angeordnet. In diesem Fall für 2018 die grüne Plakette und für 2019 wäre es zum Beispiel eine orange Plakette. Der Zahlenbereich hier außen geht von 1 bis 12 und vermutlich kann man sich dabei schon denken, dass es sich hierbei um die Monate handelt. Und jetzt kommt es einfach darauf an, wie genau deine Prüfplakette nämlich hinten auf das Autokennzeichen draufgeklebt ist. Denn diese kann man natürlich auch irgendwie verdreht aufkleben. Und dann muss man sich immer die oberste Zahl hier anschauen. In meinem Fall wäre das jetzt die 12, also Dezember. Wenn die Prüfplakette also so aufgeklebt worden ist, auf dem hinteren Kennzeichen, wäre meine nächste Hauptuntersuchung am Dezember 2018. Und wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie verdreht aufgeklebt wird, also sagen wir mal, sie ist bei dir hinten am Autokennzeichen genau so drauf, dann wäre die nächste Hauptuntersuchung im April 2018. Da ja meine 4 hier oben steht. Wenn du dich jetzt noch wunderst, was es mit diesen zwei schwarzen Balken hier unten auf sich hat, das ist einfach eine Ablesehilfe für Leute, die wirklich tagtäglich solche Prüfplaketten auf die Schnelle ablesen bzw. überprüfen müssen. Und hierfür muss man sich mal hier außenrum das Ziffernblatt gedanklich hindenken. Ich zeige es jetzt natürlich einmal aufgezeichnet, damit es einfach leichter verständlich ist. Und dann zwischen diese zwei schwarzen Balken mal den Zeiger hier eindenken. Hier ist also der Zeiger und dieser steht genau auf 4 Uhr hier unten. Und wenn wir jetzt einmal hier hochschauen, können wir auch sehen, dass unsere nächste Hauptuntersuchung im April wäre. Wäre jetzt zum Beispiel, ich sage mal, die Prüfplakette so aufgeklebt, dann könnte man aus der Ferne sofort erkennen, okay, grüne Prüfplakette, das ist also das Jahr 2018 die nächste Hauptuntersuchung und mein Zeiger hier unten steht genau auf 6 Uhr, was durch diese zwei schwarzen Balken ja gut zu sehen ist. Deswegen weiß ich sofort, meine nächste Hauptuntersuchung ist im Jahr 2018 im Juni. Wenn du jetzt übrigens handwerklich begabt bist und irgendwelche Ersatzteile bzw. auch Pflegeartikel für dein Auto zum Beispiel benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du also irgendetwas für dein Auto benötigst, dann kannst du einfach mal hier unten drunter auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Autoteilen bei Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.